Ganz vorsichtig streckt Lili ihre Hand aus und versucht den großen Kopf der Kuh zu berühren. Doch als das Tier näher kommt, zieht sie ihre Hand schnell zurück und lacht. So nah muss es dann doch nicht sein. Die Dreijährige war eine von 39 Sonnenkäferkindern aus Krippe und Kindergarten in Jever, die am Mittwoch den Hof von Holger Helmerichs besucht hat. Die Kinder wurden im Rahmen der Aktion Landwirtschaft für kleine Hände von den Landfrauen Jever eingeladen. Die Aktion findet niedersachsenweit statt. Die Idee, die Kinder sollen das Hofleben einfach näher kennenlernen. Holger Helmerichs findet die Idee super. Schon öfter hat er Schulklassen auf seinen Hof eingeladen und unter anderem die Tiere gezeigt. Insgesamt 220 Kühe leben dort. Der Landwirt findet es gut, wenn auf diese Distanz zwischen Verbraucher und Landwirtschaft so früh wie möglich abgebaut wird. Das ist auch wichtig.